Der sogenannte Löwenmensch gilt als das älteste Kunstwerk der Menschheit, als das größte mobile Kunstwerk der Menschheit und als die älteste Darstellung eines Mischwesens von Mensch und Tier, in diesem Fall aus Mensch und Raubkatze. Gefunden wurde das Kunstwerk 1939 in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Die Figur ist 31 Zentimeter groß und aus dem Elfenbein eines Mammutstoßzahns. Sie wird auf ein Alter von 32.000 bis zu 41.000 Jahre geschätzt. Was bedeutet diese Figur? Wozu wurde sie gebraucht? Welchen Zweck erfüllte sie? Welche Rückschlüsse lassen sich von ihr auf das Leben der Menschen vor 41.000 Jahren ziehen? Es herrscht Uneinigkeit bei den Antworten. Manches bleibt unbeantwortbar und im Dunkel der Vergangenheit verborgen oder geschützt. Schon die Fundgeschichte ist ein Lehrstück über interessegeleitete Forschung und Forschungspolitik. Eine über Wochen, Monate oder gar Jahre andauernde Grabung mit Fachleuten, Studierenden, Hilfskräften, Gerätschaften aller Art und der dazugehörigen Logistik benötigt zudem behördliche Genehmigungen und Fürspruch mindestens einer Universität von der Politik und von den betroffenen Menschen, die noch am oder auf dem Grabungsobjekt arbeiten oder wohnen. Grabungsaufträge und Lizenzen sind nicht einfach zu erhalten und sind unter dem archäologischen Fachpersonal umkämpft. Der Aufwand und die Investitionen müssen sich auch lohnen. Am besten ideell und materiell. Was lohnt sich? Welche Forschungsergebnisse lohnen sich für wen? Alte Tonscherben, die jahrzehntelang eingetütet in Museumskellern herumliegen, lohnen sich nicht. Die Archäologie ist auch eine sehr junge Wissenschaft. Sie begann als elitäres Hobby von männlichen Gelehrten, als Schatzsuche großer Jungen, mit Raubgrabungen und Diebstahl. Im Ausland gefundene Artefakte konnten Anfang des letzten Jahrhunderts noch als Privateigentum der Finder ausgeführt werden und endeten zum Teil als exotische Briefbeschwerer auf Schreibtischen deutschen Lehrpersonals. Inzwischen stehen auf die Inbesitznahme und unerlaubte Ausfuhr von archäologischen Funden sehr hohe Strafen. Die erste Professur im Fach Archäologie wurde in Deutschland erst in den 1920er Jahren eingerichtet und sie wurde schnell für politische Zwecke missbraucht. Die jahrelange Grabung in den 1930er Jahren in den Karsthöhlen des Hohlensteins in der Schwäbischen Alb, um die es hier geht, wurde von den Nationalsozialisten in Auftrag gegeben und bezahlt. Das von Himmler geleitete Projekt Stiftung Ahnenerbe stand unter dem Motto Graben für Germanien. Wiedergefunden werden sollten Überreste aus einer verherrlichten Germanenzeit mit dem Zweck der Rückbindung an eine kämpferische, heroische und glorreiche germanische Vergangenheit, die die deutsche Identität stärken und deutsche, insbesondere deutsche Männer, mit Stolz erfüllen, inspirieren und kampfesmutig für die Wiederherstellung eines großgermanischen Reiches stimmen sollte. Die SS grub mit. Himmler stellte eine Abordnung junger Männer für die Grabung bereit. Den Zuschlag für die Grabungsleitung am Hohlenstein bekam ein Nationalsozialist der ersten Stunde. Robert Wetzel, eigentlich ein Mediziner, mit Hobby Archäologie. Wenzel war seit 1933 NSDAP und SA-Mitglied. Zeitweilig übergab er die Leitung an Otto Völzing, seines Zeichens Geologe und Mitglied der Waffen-SS. Unter Völzings Leitung haute einer der Hilfskräfte bei der sogenannten Grabung so brutal mit einer Spitzhacke in die Erde, dass die darunterliegende, kostbare, steinzeitliche, bisher älteste Kunstfigur der Menschheit in viele Stücke zerbarst. Zum Teil in Kleinstteile. Da es der letzte Grabungstag war, die Männer hatten für den nächsten Tag den Einberufungsbefehl für den Zweiten Weltkrieg erhalten, wurden hastig größere Teile und einige Kleinteile mitgenommen. Die Tüte mit den Teilen blieb 23 Jahre lang in der Schreibtischschublade von Robert Wetzel liegen, bis zu seinem Tod 1962. Die Teile hatte Wetzel testamentarisch dem Ulmer Museum vermacht. Aber erst 1969 wurde die Figur durch den Prähistoriker Joachim Hahn weiter zusammengesetzt. Nun ging es an die Deutung der Mensch-Tier-Skulptur. Man war 27 Meter vom Eingang der 50 Meter langen Hohlensteinhöhle in einer Art Kammer auf das Kunstwerk gestoßen. Es lag zwischen Rentiergewein und Schmuck, durchbohrte Tierzähne, wohl als Anhänger gedacht, vom Eisfuchs und zwischen Perlen aus Elfenbein. Ein Depot? Ein Versteck? Ein Kultraum? Es wurden in dieser Schicht auch Knochenreste vom Höhlenbär, Wolf, Wollnashorn, Wildpferd, Hyänen und anderen Tieren gefunden. Kleidung, Jagdwaffen und Werkzeug wurden hierhergestellt oder ausgebessert. In den Höhlen der weiteren Umgebung fanden sich neben Steinwerkzeugen und Waffenspitzen spielzeugartige, exzellent ausgearbeitete Figuren und Musikinstrumente. Flöten? Nach der Fundsituation zu urteilen, scheint die Hohlensteinhöhle vor etwa 41.000 Jahren von einer Gruppe mit 15 bis 30 Personen, Frauen, Kindern und Männern, maximal ein paar Wochen genutzt worden zu sein, möglicherweise als saisonales Lager, vielleicht zogen sie wandernden Tierherden nach. Die Figur wurde wohl absichtlich in der Kammer deponiert. Der Künstler oder die Künstlerin aus der Steinzeit muss sehr lange an der Skulptur gearbeitet haben, denn das Material ist hart. In einem archäologischen Experiment wurde die Skulptur einmal nachgeschnitzt. Ein Experte bearbeitete dazu einen Elefantenstoßzahn aus heutiger Zeit mit verschiedenen Steinwerkzeugen. Hunderte von mühsamen Arbeitsstunden brauchte er für eine grobe Kopie. Das Original hingegen ist fein ausgearbeitet mit vielen Details. Das Raubkatzen-Mischwesen aus der Urzeit steht aufgerichtet wie ein Mensch. Menschlich sind die Beine und Füße. Tierisch sind Kopf, die Arme und die Pranken. Das Mischwesen steht auf seinen Ballen mit auseinanderstehenden Füßen. Die Schultern sind etwas nach vorne geneigt, die Arme leicht nach hinten angewinkelt. Ein Ohr ist gedreht, als höre es ein Geräusch. Die Augen sind konzentriert gerade ausgerichtet, die Schnauze geschlossen. Gleichsam wie ein Raubtier in lauer Stellung. Oder tanzt die Figur? Am linken Arm sind mehrere gleichmäßige Rillen eingeritzt, wie eine Tätowierung. Ein Zeichen? Die Oberfläche der Figur ist glatt, fast wie poliert. Das lässt darauf schließen, dass die Skulptur nicht nur an einem Platz stand, etwa zur Anbetung, um möglicherweise drum herum zu tanzen, oder als eine Art sogenannter Glücksbringer oder Talisman, sondern dass das Kunstwerk durch viele Hände ging. Vermutet wurde unter anderem, dass es als Erzählfigur oder eine Art Redestab, wie bei den Indianern üblich, in der Runde herumgereicht wurde. Naheliegend ist die Darstellung eines schamanistischen Rituals, so wie es bis ins letzte Jahrhundert noch in Sibirien verbreitet war, bei dem ein Schamane oder eine Schamanin ein Tierfell überzog, um dessen Eigenschaften zu verinnerlichen oder zu vermitteln. Bei einer Raubkatze wären das etwa Kraft, Schnelligkeit und Jagdinstinkt. Darstellungen von Raubkatze-Mensch-Mischwesen ziehen sich durch die Entwicklungsgeschichte. Raubkatzen leben in Rudeln, die aus mehreren weiblichen Tieren, die gemeinschaftlich auf die Jagd gehen und ihren Jungen bestehen, und einem ausgewachsenen Männchen. Geschlechtsreife Junglöwen werden aus dem Rudel verstoßen und müssen alleine überleben. Der Löwe als das herrschende, stärkste Landtier glorifiziert und der Adler als Herrscher der Lüfte haben als Wappentiere, Hoheitszeichen und als steinerne Bewacher vor Palasteingängen ihre ehemalige magische Bedeutung bewahrt. Ein paar tausend Jahre nach der Erschaffung der schwäbischen Skulptur, zwischen 33.000 und 29.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung, verewigten Steinzeitmenschen die Bedeutung von Höhlenlöwen, den damals gefährlichsten Tieren der Region, auch in Südfrankreich in der Chauvet-Höhle. Viele tausend Jahre später im alten Ägypten, spätestens ab 4.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung, begegnet uns das Raubkatze-Mensch-Mischwesen als göttliches Sachmet oder Sechmet wieder. Ein Frau-Löwin-Mischwesen. Sachmet heißt übersetzt die Mächtige. Sie ist die Göttin des Krieges, des siegreichen Kampfes, die Verderben, aber auch Schutz vor Krankheiten und Heilung brachte. Und die das Ank-Zeichen, das Zeichen des ewigen Lebens, in ihrer Hand hält. Eine mächtige und gefährliche Göttin, die man mit Opfergaben besänftigen und milde stimmen musste. Für die deutschen Forscher auf der Schwäbischen Alb, die erst nach Relikten der heldenhaften Germanen gruben, und auch für ihre Nachfolger stand unzweifelhaft fest, bei der Skulptur handelt es sich um ein Mischwesen aus Löwe und Mann. Ein Löwenmann also, so nannte man die Skulptur. Und im staunenden Ausland The Lion Man, Homme-Léon, Homme-Léon. Inzwischen, es war 1962, gab es auch ausgebildete Archäologinnen, Prähistorikerinnen, Geologinnen und Paläontologinnen. Mühsam hatten sich Frauen die Plätze in den Hörsaalen erkämpfen müssen. Prompt gab es Widerspruch, der die schwäbischen Herrenrunden irritierte. Widerspruch kam von der Prähistorikerin und Paläontologin Elisabeth Friedeburger Schmidt. Schmidt, die über die Zahn- und Gebissuntersuchungen an Pleistozänen und rezenten Feligen, also steinzeitlichen und heute lebenden katzenartigen Raubtieren, promovierte, erklärte den Herren, dass es sich bei der Skulptur nicht um einen Löwen, sondern eindeutig um eine Löwin handelte, was man unschwer an der Kopfform des Tieres erkennen könne. Eine Erklärung, die den Herren nicht gefiel. Allgemein neigen patriarchal geprägte Archäologen dazu, nach großen Männern, Häuptlingen, Königen oder Göttern der Vorzeit zu suchen. Große Männer, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann. Finden sie große Frauen, Kämpferinnen oder Göttinnen, sind sie nicht selten irritiert, enttäuscht oder sogar beleidigt. Da wird eine kleine männliche Figur am Rande eines goldenen Siegelringes schon mal als Gott interpretiert und die große, majestätisch geschmückte weibliche Figur in der Mitte als seine Anbeterin, nicht umgekehrt. Lassen Funde mit Frauengestalten nur auf eine weiblich dominante Rolle schließen, handelt es sich schnell um ein Rätsel. Aufstrebende Archäologinnen folgen der männlichen Perspektive, wenn sie ihre Karriere nicht gefährden wollen. Elisabeth Schmidt hatte das schon in den 1960er Jahren nicht mehr nötig, denn sie war die erste Professorin für Früh- und Vorgeschichte in der Schweiz. Schmidt wies darauf hin, dass die Raubkatze keine Mähne, wie sie bei männlichen Raubkatzen üblich ist, hatte. Dass die Rundungen am Bein, zum Gesäß, am Hals weibliche Rundungen seien und dass die Figur eine Bauchfalte unterhalb des Nabels aufweise, die auch nur Frauen haben. Es handele sich somit nicht um einen Löwenmann, sondern eindeutig um eine Löwenfrau. Das wollten die Herren anders sehen. Es blieb beim Namen Löwenmann. Nun schalteten sich auch andere Forscherinnen ein und es entbrannte ein Forschungsstreit. Denn was bedeutete es, wenn in der Steinzeit Frauen und nicht Männer offenbar wichtigste gesellschaftliche Funktionen innehatten? Etwa die Funktion von Priesterinnen, Heilerinnen, Medizinfrauen oder wenn sie gar als Göttinnen verehrt wurden? Würde das nicht das Dogma vom natürlichen, gottgewollten und ewigen Patriarchat in Frage stellen und die Behauptung von einem steinzeitlichen Patriarchat bestätigen? Empörung auf Seiten der Herren. Aber auch Unbehagen und Nervosität. Man bemühte sich und suchte intensiv nach Gegenbeweisen. Man entgegnete, dass die ausgestorbenen Höhlenlöwen der Steinzeit nicht unbedingt Mähnen gehabt haben mussten. Auch abnorme Genmutationen einzelner männlicher Tiere wären denkbar. Denkbar war einiges, wenn auch an den Haaren herbeigezogen. Elisabeth, konnte jedoch anhand steinzeitlicher Höhlenmalereien nachweisen, dass auch die ausgestorbenen Höhlenlöwen Mähnen trugen. In dem dreieckigen Plättchen zwischen den Beinen der Skulptur wollten die Forscher einen dreieckigen in hängender Lage erkennen, obwohl das Dreieck seit jeher physisches Merkmal und symbolisches Zeichen des Weiblichen ist. Wo sind die Brüste? Trumpften die Forscher auf. Der Brustteil der Figur ist abgeplatzt, ein brustartiges Einzelteil konnte nicht angefügt werden. Doch verwiesen die Forscherinnen auf die weiblich-v-förmige Linie oberhalb der Brustmitte, die bei einem Mann gerade verläuft. Die Herren Forscher bezeichneten diese Deutungen als stark ideologisch gefärbt und beendeten die Diskussion. Die Figur war ein Löwenmann und dabei blieb es. Doch die Gegenstimmen verstummten nicht und der Streit hielt an. In den 1980er Jahren wurde die Figur erneut auseinandergenommen und professioneller zusammengeklebt. 1994 sah sich der Kurator des Ulmer Museums veranlasst, um des Friedens willen die Figur in Löwenmensch umzubenennen. 2009 wurden die Grabungen in der Höhle Hohlenstein wieder aufgenommen und zur großen Freude der Archäologen und Archäologinnen wurden weitere entscheidende Teile gefunden, die passten und innerhalb von Stunden zusammengesetzt werden konnten. Eine Sensation! Seit 2013 ist die Skulptur nun weit möglichst aus Hunderten von Einzelteilen wiederhergestellt. Der sogenannte Löwenmensch ist heute die Leitfigur der Tourismusregion Schwäbische Alb. Das älteste Kunstwerk der Menschheit ist inzwischen für alle Welt auch virtuell, in 3D zu studieren, nach allen Seiten drehbar und von unten nach oben und auf den Kopf stehend. Der derzeitige Kurator erklärte vor nicht allzu langer Zeit durch ein Fernsehteam der öffentlich-rechtlichen Medien, dass durch neue Studien herausgekommen sei, dass es sich beim Löwenmenschen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nun doch um eine männliche Figur handeln würde, wegen Ausarbeiten im Schritt der Figur. Der Kurator fügte aber hinzu, man werde es bei der Bezeichnung Löwenmensch belassen. Wo die geschlechtseindeutigen Ausarbeitungen zu finden sein sollen, blieb sein Geheimnis. Elisabeth Schmidt, der es in der Anfangsphase der Archäologie als Frau nicht leicht gemacht wurde zu forschen, widmete ihr Leben der Wissenschaft, blieb ledig und kinderlos. Ihr gelang eine beispiellose Karriere und sie leistete mit ihrem interdisziplinären Ansatz Pionierarbeit. Sie war nicht nur die erste ordentliche Professorin für Ur- und Frühgeschichte in der Schweiz, 1976 wurde sie auch die erste weibliche Dekanin der Fakultät für Philosophie und Naturwissenschaft an der Universität Basel. Nach ihrer Emeritierung forschte sie weiter zum Löwenmenschen, der für sie immer eine Löwenfrau blieb. Elisabeth Schmidt starb 1994 in Basel. Die geheimnisvolle, aus der fernsten Vergangenheit stammende Löwenfrau aus Mammutelfenbein, das älteste Kunstwerk der Menschheit, ist heute im Ulmer Museum hinter Panzerglas zu bewundern. Die geheimnisvolle, aus der fernsten Vergangenheit stammende Löwenfrau aus Mammutelfenbein, das ist heute, als sie in der Fluchtbundesgrange und copspannende Löwenfrau aus Mammutelfenbein. whoever ist das, das ist die Wälder bells auf Mammutelfenbein. Die geheimnisvolle, aus der fernsten Vergangenheit stammend neig ist, wie wir die Wälder das in der Nähelle. Es ist heute immer wieder so weit und 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 so weit, die Frage ist, wie wir die Wälder das in der Fluchtbund beinaheien, das in der Praxis sind auch immer noch in der Dänen, das in der Vergangenheit, nicht nur die Gälderteidik, die in der Welt um immigrationen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.